Dann haue ich dir volles Pfund aufs Maul. Wird wieder ewig dauern, bis ich den Mist hier hinbekommen habe. So, dreh dich. So, jetzt sieht er uns nicht, der Kerl. Und jetzt hinten auf die... So. Wow. Scheiße, das haben wir nicht gesehen. Und jetzt kommt gleich der Laser. Ja, super. Aber wie soll man das da machen? Geht ja gar nicht. Wie soll das hier gehen? Vielleicht müssen wir die anderen zuerst ausschalten. Naja, so geht's nicht. Zack. Naja, geht nicht. Oh, jetzt sind sie schon in Alarmbereitschaft. Aber sollte jetzt gerade kein Problem sein. So, komm, dreh dich, du Alter. Oder den muss ich ja eigentlich gar nicht ausschalten. Das ist ja Quatsch. Jetzt hat... Das hat er mich natürlich gesehen. Jetzt haben die wieder gesagt, ich gehe. Hoffentlich gehen die jetzt nicht zu mir. Oh, diese verdammte Kamera. Nichts. Nichts. Wo muss ich überhaupt hin? Da hinten durch das Tor oder was? Schnell hier hin, so. Jetzt müssen wir warten, bis der da hinten sich umdreht. Na, doch nicht da hin. Oh. Der dreht sich glaube ich gar nicht so, dass er uns nicht sieht. Ah doch, jetzt. Und jetzt schnell hier hin. Das hätten wir. Momentan... Momentan sollte er uns nicht sehen. Der andere sollte mal besser weitergehen. So, jetzt genau. Und jetzt geht's hier auch weiter. Sehr schön, das hätten wir geschafft. Und zack. Was ist das denn? Da geht's scheinbar nach oben, aber ich will zuerst mal hier noch fett Beute machen. Wieso ist die Kamera denn so bescheuert? Würdest du mich verarschen? Ich will eine normale Kamera haben. Oh. Dann war hier. Hier fehlt eine Sicherung. Okay. Drücken. Aber da wird wohl nichts passieren. Nee, weil keine Sicherung drin ist. Okay. Können wir da drauf? Nee, geht nicht. Hier geht's doch noch irgendwo lang. Ja, genau hier. Aha. Jetzt haben wir endlich mal wieder eine normale Kamera. Das können wir verschieben? Ja, sehr schön. Können wir verschieben. Aber wohin? Achso, vielleicht müssen wir das mit runterholen. Das mach ich mal grad. So, weil hier scheint das ein Fahrstuhl nach unten zu sein, oder? Ja. Das ist ein Fahrstuhl nach unten. Okay. Ähm, ja. Das war doof. Zack. Und jetzt holen wir uns das Ding. Sonst noch was hier unten? Ja. Das. Ah, für was haben wir jetzt diese Kiste gebraucht? Hm. Haben wir nicht gebraucht. Kein Saft. Du bist verarschen. Ah, jetzt können wir hier... Ah, wir haben es doch gebraucht. Jetzt können wir da nicht drauf springen. Und ganz hoch kommen. Ah, sehr gut. So, und dann geht's wieder hier lang. Jetzt haben wir ja eine Sicherung. Das heißt, wir können die hier hinten einsetzen. Hier. Reinlegen. Und zack. Mach. Ah, okay. Damit hab ich jetzt nicht gerechnet, dass das so aufgeht. Wo sind wir denn hier? Da kommen neue Container an. In so einem war doch auch Page drin, oder? Äh. Ja, bringt nichts, da hoch zu gehen. Oh. Ah, bringt doch was scheinbar, oder? Ah, ich geh jetzt erst mal hier durch. Wo kommen wir denn da hin? Oh, nee. Da geht's nicht mehr weiter. Da ist Laser. Ah, ja, hier geht's doch weiter. Ich dachte, das wird eine Sackgasse, aber ist keine. Ähm, zack. Auf geht's, so. Äh. Los. Ah, okay, da ist eine. Ich dachte, da würde ich jetzt super tief fallen. Dann mal hier, da kann ich nichts machen. Oh. Ah, ho. Also, kannst du schon was erkennen? Negativ. Nichts belasten, was bisher. Wir müssen von einem Eingang in die Zentralhandel. Jetzt dachte ich schon, das wäre ein Alpha-Typ, aber das war zum Glück eher. Äh. Also zum Glück war es hier Double H und kein Alpha-Typ. Das wäre nämlich schlecht gewesen. Ostflügel. Hier müssen wir speichern. So. Jetzt ist hier die große Frage. Was sind das für Dinger? Explodieren die? Ja, die explodieren. Also gehen wir mal ganz schnell hier weg. War ja eigentlich klar, dass die explodieren, aber... Letcher können sein, dass sie nicht explodieren. Wieso explodiert der eine da nicht? So. Der letzte noch. Komm, auf geht's. Die hätten wir kaputt. Und wo geht's jetzt lang? Schleich-Schleich-Mission kann ja jetzt gerade eigentlich nix kommen. Ja, es kommen Monster. Weil schleichen können wir nur alleine. Weil wenn hier der... Wenn der Kollege hier bei uns ist, dann können wir ja gar nicht schleichen. Weil der ja nicht mit uns schleicht. Was ist das hier denn? Mach mal eine Super-Aktion. Ah, okay. Wenn er Super-Aktionen macht, dann können wir... Dann können wir auch ein Foto machen. Scheiße, war jetzt... Machen wir nochmal eine Super-Aktion. Jetzt mach ich schnell ein Foto. Ah. Hat bereits fotografiert, was? Das habe ich doch noch nicht fotografiert. Scheinbar doch. Naja. Oh, scheiße. Es ist Double-Age gestorben. Damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet. Sonst sind doch irgendwie unendlich, oder? Ich glaub's mir nicht mal, dass sie unendlich sind. Oder, also unendlich nicht. Irgendwann werden sie wohl doch aufhören. Aber es sind mehrere Wellen. So, die hätten wir. Da sind schon wieder neue gekommen. Ja, komm. Wie viele Gold sollen... Äh, kommt denn da noch, ey? Was soll denn der Scheiß? Okay, ewig gegen die ekligen Vierheit-Dinger hier zu kämpfen. Er will sich verarschen. Endlich, ey. Gut. Hat ja ewig gedauert. So. Dann machen wir die ganzen Kisten hier mal kaputt. Zack. Und zack. Die beiden hier noch. Und was haben wir hier? Ja, okay. Das ist wieder so ein... Ah. Das heißt, ich muss hier hoch und er... Ich halte in der Zeit das Ding aus. Okay, jetzt sind wir wieder allein. Das heißt, gleich... Gleich kommt wieder irgendein... Schleich-Scheiß. Ja, hier kommt schon so Schleich-Scheiß. Habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Alter, wie viel sind denn da... Das ist doch unmöglich, hier durchzukommen. Ja, jetzt ist die... Die große Frage, was soll ich hier machen? Ich könnte ja mal kämpfen, aber das wird wohl eher wenig bringen. Äh, ja komm, ich kämpfe einfach mal gegen die. Aber da die relativ nicht besiegbar sind... Ich komme... Ja, ich komme einfach nicht an ihre Tanks. Also kämpfen geht nicht. Vielleicht komme ich von hier aus schon an irgendeinem Tank. Hehehe. Hat tatsächlich funktioniert. Oder? Naja, nicht funktioniert. Ich bin an keinen Tank gekommen. Eindringling! Eindringling! Wieso haben die mich jetzt gesehen auf einmal? Hier unten, da. Shit, da runter kann ich nicht. Ah, okay, er hat wieder aufgehört. Jetzt kommt dieses komische Überwachungsding. Gut. Jetzt sollte ich aber doch hier den... Den Tank treffen. Nein, schnell! Oh, scheiße, Mann. Ja, säuber du die Zone. Oh, nee. So, jetzt will ich aber hier den Tank mal erwischen. Zack, endlich. Den ersten Tank haben wir also. Kommen die? Also gucken die jetzt nach mir? Keine Ahnung. Ich guck mal. Die sind mal in Alarmbereitschaft. Jetzt nicht mehr. Und... Zack! Den anderen Tank haben wir auch noch. Jetzt fehlt nur noch ein Tank. Das ist ja super. Der Typ steht ganz da hinten. Ne, es fehlen noch zwei da. Wieso fehlen da noch zwei? Wow, schnell weg. Ah, jetzt muss ich doch wieder hier weg. Aber zwei... Ich hab doch... Das waren doch nur drei. Zwei Tanks hab ich doch zerstört. Wieso sind das immer noch zwei? Komisch. Naja, gut. Gut, dann machen wir weiter. Wir zerstören hier weiter in die beschissenen Tanks. Der hier geht jetzt. Und... Zack! Wieso hat er sich umgedreht? Ich hab doch den Tank getroffen. Alter, das dauert viel zu lang hier, die Passage hier. So, langsam geht mir das Spiel etwas auf den Keks. Oh, das sind viel zu viele. Das sind ja immer noch alle drei. Aber ich hab doch schon denen ihre Tanks... ...blatt gemacht. Ja, hopp, geh noch weiter um die Ecke. Das kommt von da drüben. Ich gehe. Halte die Augen offen. Ich gehe. Oh, Mann, 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 Mann. Nichts! Das kommt von da drüben. Alarm! Alarm! Oh Gott, Leute. Ich hab keine Lust mehr auf dieses Spiel. Herr, bitte Erlaubnis, Zone zu säubern. Bestätigt. Jetzt kommt wieder dieser Säuberungsscheiß hier. Wieso müssen die Schleichpassagen dieses Spiel einbauen? Das will ich nicht. Einbringling! Oh! Wieso merkt ihr das vorher schon? Herr, bitte Erlaubnis, Zone zu säubern. Bestätigt. Ja, kommt dann Säuber halt schneller. Meine Fresse. Oh, komm, Leute. Ja, das war's damit mit diesem Let's Beginn von Beyond Good and Evil. Ich habe keine Lust mehr auf dieses Spiel. Wir sehen uns dann in den anderen Projekten. Also, bis dahin. Ciao. Ciao. Vielen Dank.